hallo freundinnen nacht herzlich willkommen zu einer weiteren folge stopp bitte noch mal freunde der nacht und das einfach tag jetzt gut ja ernst ich hab gedacht robin ja warte ich bin nicht so weit jetzt bin ich so weit ich starte noch mal ich könnte theoretisch auch schon starten ich muss weinen also meine auch sind eure gut dann starte ich mal jetzt auch entschuldigung okay gehen wir hoch zu jack ok warte ich mal weiter warte 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 ich bin noch drei folgen aufnahmezeit jetzt ich kann es die ansage nein du bist dran ist ja sowohl die berühmen können kriegen ok es geht nicht ich höre als piepsen nebenan was für ein piepsen hier ist seine uhr ok ich mach nochmal oh ok oh gott nee jetzt ist gut aufnahme läuft ja läuft die ganze zeit mach du hallo ich hab's die ganze zeit hingekriegt ich war's diesmal nicht ich hab's die ganze zeit unterdrückt jetzt was zoraus ups ah ok also wir haben jetzt schon weitere aufnehmen jetzt ernst ja ernst ok ich glaub das gibt grad nix nee es tut mir leid es geht nicht ist doch schlimm wenn du so ein lachflasch hast dann eigentlich ist es wieder gut ganz schrecklich ja und dann bist du so kurz bevor im moment wo du eigentlich wieder anfangen willst zu reden ja es tut mir leid ok ok alles gut ähm seid ihr fertig ich nehm jetzt auf ihr auch kannst du ja probieren ok läuft dein Aufnahmeschatz mhm mhm